so gehen wir jetzt hin was muss kaufen die kaufen hier nichts gekauft und jetzt müssen wir da lang laufen oder was wieso geht es denn so schnell ich bin da das wird aufgenommen wo bist du warum bist du so viel besser als ich was soll das für ein video für sonst was machen wir jetzt hier das übrigens die sie noch meine tochter für alle die es nicht wissen wollen jetzt müssen wir da vorsichtig umlaufen müssen der sinn des spieles springt guck mal dass ein tic-tac-toe oder tik tok spiel ist ein tik tok spiel wieso will er denn da ich dann ja dauernd ihren scheiß kauf jetzt machen wir erst mal dass ich muss doch wofür sind die abc dinger hier gar nicht nur da oder ist nur so da wieso dreht sich das hier bin ich da drauf diesen worte da muss ich jetzt das sieht aber gefährlich aussehen daher kann ich ja nicht bin ja doof da hätte ich auch nicht erwartet dass man da so einfach drüber laufen kann bist du jetzt tot geht ach da sind die punkte wo man wieder aufs bohren zu zu sagen es bohren punkte okay die aufgabe ist also okay ja ich war echt nicht so nicht weiß warum taucht denn das hier mal auf du brauchst noch sechs rolex und dessen punkte kaufen möchte mehrere ich will nichts kaufen wie kann ich in dem fack hier abbrechen wieso fragt er mich denn immer ich verkaufen will wir wollen es doch abzocken okay ich nehme an ich hätte die nicht berühren dürfen genau so hatte kontrolle also nicht berühren und schon wieder berührt nicht berühren nicht berühren nicht berühren nicht berühren bist du warum bist du denn so gut ich muss ja wieder was kaufen wir spielen robux war so mal spiel das weiß ja jeder der die video beschreibung die ist er sieht aber natürlich spielen warum ist denn hier um klug scheißen so die taktik wie kann man denn hier taktisch das nicht nur einfach mit der steuerung ja aber die reagiert ja nicht immer so wie ich will ach so du bist warum geht das denn bitte ach komm ich den gedrückt hat jetzt habe ich verstanden okay aber doch da hat mir gezeigt wird gedrückt halten war das zauber wort so warte ich muss mir gucken was der jetzt hier von mir gehen ich gehe mal kurz da rein wird gekauft pusher kann damit komplett ja wo ich würde sagen der ist ja wo scheiße ich will sicher okay echt so sieht aber nicht so aus war knapp hast du gesehen die leute die ja versuchen darüber zu springen die sind am arsch klimmer aus welcher doch ist das back was mit dem fußball kann der fußballer ich sehe das schon okay was ist das nervt er voll wieso kommt das denn nur bei dir ja bei mir ja nicht bei dir was hat er daran geschrieben was den tipp geschrieben ok mein schreiber auf thailändisch irgendwas rein ja ist doch gut vielleicht auch ugo notisch oder polnisch schreien ist auf jeden fall bei allen das gleiche ich meine tochter umbringe tut mir das doch leid das ist das da warst du mich hier so ein abzocke spiel hingeleitet oder was ich andauernd ihren kack bestehen ja ich war mir jetzt mit dem einhorn außer einhorn lass mich raten ich da drauf gehe rollen die an den doch nicht und das so ich doch die rollen dafür ist das spiel wahrscheinlich schlau da da geht eine theorie aber nicht hier mit dem geht nicht immer wie komme ich denn dadurch wenn ich kann nicht so weit springen oder muss ich mal die dieser grüne typ das ist ja lehrer quater ich habe eine idee ich kann das fenster da bestimmt weg die kürze nicht mehr wegschieben die wenn eine matthausgabe zeit ist ein kind die matthausgabe fälscht verkloppt er dem welcher weil die weil die die da lange typ da langer typ wo du steht du redest nur ein rätsel für mich ja was ist das ist mit der grüten mit der blauen hohen mit dem grünen t-shirt und der riesig ist wo es dann was riesiges nein ich gehe jetzt nicht zurück wieso siehst du denn ich sehe den achta jetzt sehe ich ihn da jetzt auch die werbung vorgestanden jetzt habe ich das geld da der und was macht der also wenn eine schülerin oder ein schüler die matthausgabe fälscht hat kommt er mit dem lineal und verklappt denn was sind das für ein frecher lehrer nein das ist jetzt nicht sehr schwer papa für mich schon ich bin ja quasi anfänger du bist ja hier profi für den scheiß hier das ist ja sowas von komisches spiel ja da muss man ja geschickt sein nein wir ziehen das jetzt durch ja bis zum erbrechen ja da dauert eine halbe stunde muss halt geduld haben ich lasse mich raten ich muss da drauf und nicht dazwischen ja okay wenn das zwischen feld hat sind wir auch nicht in der lage selber dazwischen zu gehen war jetzt gemacht ich war noch kurz davor ich war kurz vorm ende nein jetzt keine witze erzählen jetzt hier will keiner hören ich denke wir machen ein video oder keinen schlechten videos hören bitte nur gute videos ja das ist nur für dich nicht so einfach denn ich konzentriere ja ich gehe mal jetzt habe ich verstanden da gibt es ein bisschen ab aber wenn man sich konzentriert ist das doch überhaupt kein problem es ist die werbung wieder da schreibt war in den scheiß kommentarfunktion wofür dieses blöde da ist da ich verstehe ja ich will aber nichts kaufen warum zwingt er mich denn jetzt hier sachen zu kaufen ich will ja gar nichts glauben wieso springst du denn springen macht doch gar keinen sinn ja eben wir wollen es ja nicht verarschen wir wollen ja schön konzentriert spielen und du möchtest dich schön umbringen ist auch okay ich sag doch einfach will der sozid gedanken hast da ist dann so ne dann müssen wir dich zum arzt bringen der prüft dann deine fühlen ja dazu ach so weißt du das ist dann das ist doch hier eine aufgabe im ich bin blind und kriegt die aufgabe trotzdem gar nichts zu machen deswegen verstehe ich jetzt nicht so guck mal und jetzt können wir da lang bin gerade an dir vorbeigegangen ja das ist doch ganz normal das ist ich bin halt konzentriert alle wieso macht das das ist das keine freundin von uns eine hassliebe ok da ist sie wie freundin was macht man da außer werbung weg drücken werbung wird gedrückt ich probiere war also doof rumhüpfen natürlich noch einer mit mir ja ich jetzt habe ich weiß ja wieder geht also ich konzentriere mich zack 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 da bin ich ja das hast du toll gemacht du bist versteckt super du hast ein affenkastül angezogen jetzt bist du jetzt bist du tot nicht nur versteckt ich muss nicht weil ich so aussehen was ich sehe im echten leben ist so aus ich habe da viel weniger hast du gesehen die sauer wollten wir unterschmeißen selber gefallen selber gefallen wie ändere ich will nichts ändern ich bin doch gut ich sehe gut aus ich habe es war perfekt perfekt hat sie aus wie bei playmobil die haben auch gelbe hälse und weiß ja da denke ich mal habe ich bin schneller als du kannst du jetzt mal warten ist ja klar wo bist du denn ich höre nichts auf zur laba kommen rüber du musst dich labern jetzt hier du musst dich konzentrieren rüber kommen guck mal ich bin ja schon zwei felder weiter jetzt wird nämlich der anfänger zum profi und der profi der wird langsam und lahm und so war das ist da gut und jetzt was denn da geht mir das auf ein dings hier so da ach guck mal dass sie ja du glasplatten sie auch die glasplatten hier kommen wir bestimmt so laufen sie sei doch knapp da 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 das ist jetzt allerdings auf messer schneide will ich sagen den kind in den uhr so gesehen aber ganz klar und jetzt sollte ich wieder kaufen ist ja nicht da kaufen kaufen ja da 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 das ist ja so ein tolles spiel wer hat der also dass er so so tolle grafik und so über ja dann bist du mal schön selber schuld schön selber schuld was ja dem leben ich muss erst mal kaufen 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 wie gut da sich ja hast du gut gemacht super wer auch immer du bist ja auch immer du bist du ja ja die die schubser ich glaube die hat nicht absichtlich gestoppt das hätte mich ja jetzt die august du musst dich einfach konzentrieren guck mal ein bisschen geduld jetzt will ich mich doch da schubsen die schubs mich die schafft mich jetzt hat sie selber umgebracht die blöde co hat sei dank hast du das gesehen aha da 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 die wollte mich ich schubsen die heute mich um ein schatz was machst du dagegen ich hoffe du hast eine waffe dabei dass wir die gleich mal abballern können dass keine waffe dabei aus der waffe dabei die wenn die sich mit mir anlegen bilder kriegt die kriegt die lange und schmutzig richtig angelegt mit mir ja es war durchsicht ja was habe ich denn ich kann nicht gucken weil ich gucke gerade bei mir was habe ich denn zu sehen ich sehe nichts längste fest oder was ich muss mich konzentrieren so ach wir müssen das ja dann schmutzig mal darunter guck jetzt ist auch die wiese bescheuerte werbung das oder kauf aufforderung bitte brauchen sie jetzt wo bleibst du kommen wir gucken da hinten ist sie ja da kann ich dir winken gibt es eine geste für winken da guck so linker 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 na die steht beim einhorn die wird bestimmt wieder verarschen ich brauche gar keine die mich schubs ich kann mich alleine schubsen hast du gesagt eine halbe stunde man da man das ist ja hier unendlich gibt es am ende der nächsten preis so eine art so eine art kann man siehst du die heute da oben da ist das ende hatte die wollten mich schon wieder schützen ich will mein ding fertig machen jetzt muss ich mich konzentrieren einmal raus bist du ich sehe nix macht nichts mit das sieht einfach aus das ist auch einfach gut da kommen wir jetzt zu dem langen zu dem ganz großen hast du gesagt ja das ist gerade keine kunst ich bin ja noch nicht soweit ja wow du hast du es geschafft ja das kann ja mal vorkommen und das nervt ja da habe ich jetzt schon gemacht wenn du jetzt rausgehen soll das ausversehen werden müsstest du von ganz anfang an ja das macht ja auch sinne warum macht das sinn keine ahnung welche sau kommt denn da von hinten erika erika der lens ist da dass die erika die wirklich erika ließen ich habe ich dachte ich schon wieder du darfst nicht gucken weil sonst weiß ich hab die lösung und das sei ja wie es gibt ja wird auch etwas kniffligeres als nur ein bisschen doof rumhüpfen ich bin frohe jetzt schon mal hier weiterkommen ok leistens bittet finna oder wirdinger ist hinten und jetzt bin ich ach du kacke ich lache sogar wenn ich sterbe von fan werden dem spiegert von dir drin na und dann freue ich mich da auch ach so die darf man gar nicht berühren das ist aber gemein nein jetzt nicht werden wir live hier im video machen darfst du nix nein ich meine nur die sollten mal unten rein schreiben ob sie roblox kindertausch selbst spielen ach so ja ich habe mal die video beschreibung ob er roblox kennt oder selbst spielt oder ob ihr genauso scheiße ist wie ich damit du die als freunde anfragen kannst ja ich will keine freunde ich will keine freunde wenn ihr freunde sein wollt ihr findet mich unter der spielrat ich muss mich nur gerade konzentrieren die dafür nicht mal berühren ich dachte nur nicht von oben drauf springen ich muss schon wieder bezahlen kommt jetzt ich habe noch diese einheit die chance bitte gib mir diese chance ja pikachu pikachu ich war da die dinger nicht berühren ich habe schon wieder berührt wo sind denn irgendwelche farben wo bist du überhaupt warum bist du so weit weg du kannst du dich alleine lassen in dieser dunklen weiten welt und ist total hell du kannst mir in dieser hellen welt allein lassen ach toll so ist dein leben soll da warte da wächst mal angst als im keller da sage ich dir auch so ist das leben wieso durfte ich da nicht drauf gehen wo muss ich denn da jetzt hingehen es war der rot also rot war schon mal nix naja ich hatte jetzt einfach mal gedacht ich gehe mal da rein jetzt ist die frage ist jetzt hier blau oder grün schatz was die wollen wir auch noch verarschen so richtig guck mal danke mein schatz danke für diese super spenden hilfe danke für die super ja klar aber nur weil du mir verraten hast wie das ging sonst hätte ich dich ja lebendig wiederholen können aber auch weil ich nicht weiter komme danke für diese super aaaah ARD Text im Auftrag von Funk